Dringliche Trauung Der Michel und der Gret, wie die von dem Pastor als Bräutigam und Braut verkündigt waren, da sind sie doch nicht komm, verkoppelt sie wäre, als viele Menschen danach im Herbst nach dem Ehre. Der Michel aber war granadevoll gesuff, da hielt sich der Pastor nach der Licht rüber auf, und schennt der Gret und seht, bezahlen mit sich Nummer, und wenn er nicht rewehr, dann soll er wiederkommen. Ach herrsche, sagt der Gret, dann gehe er ja nicht mit, denn wenn er nicht re ist, dann will er mich schon nicht. Darum seht so gut und tut, us jetzt verkoppelere, sonst kann ich Josefra, mein Leve doch nicht wäre.